Welchen Rucksack kann ich für Reisen verwenden? Reiserucksack für Flug und Roadtrip. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Welchen Rucksack kann ich für Reisen verwenden? Reiserucksack für Flug und Roadtrip. Ein vielseitiger und hochwertiger Reiserucksack ist der ideale Begleiter, wenn du flexibel und komfortabel unterwegs sein möchtest. Sei es für einen langen Flug, einen spontanen Roadtrip oder eine Rundreise durch verschiedene Städte. Bei der Auswahl eines Reiserucksacks gibt es jedoch einige wesentliche Aspekte zu beachten. Ein guter Reiserucksack für Flugreisen und Roadtrips bietet dir genügend Stauraum für dein Gepäck und überzeugt gleichzeitig durch Ergonomie, Strapazierfähigkeit und eine clevere Innenaufteilung. Im Folgenden erhältst du detaillierte Informationen, wie du den besten Rucksack für deine Bedürfnisse findest, welche Features wichtig sind und welche Tipps dir das Reisen noch angenehmer machen. Die Vorteile eines Reiserucksacks gegenüber klassischen Reisetaschen und Koffern Ein Reiserucksack bietet im Vergleich zu herkömmlichen Koffern oder Reisetaschen einige bemerkenswerte Vorteile, die speziell für aktive und flexible Reisende ideal sind. Reiserucksäcke sind in der Regel leichter und bieten durch ihr kompaktes Design und die praktische Trageweise am Rücken eine optimale Bewegungsfreiheit. Gerade bei Flugreisen, bei denen häufig Gepäckbestimmungen für das Handgepäck berücksichtigt werden müssen, ist ein Reiserucksack die ideale Wahl. Durch seine flexiblen Träger und gepolsterten Rückenflächen trägt er sich über längere Zeiträume hinweg angenehm und schont deine Schultern und den Rücken. Ein weiterer Vorteil liegt in der Anpassungsfähigkeit. Während du mit einem Koffer auf geraden Wegen bleiben musst, bietet ein Reiserucksack dir die Freiheit, dich problemlos auch auf unwegsamen Strecken zu bewegen. Sei es der schmale Wanderpfad, der unebene Steinweg oder die Treppen zur Unterkunft, mit einem Reiserucksack bleibst du mobil und unabhängig. Die richtige Größe und das optimale Packvolumen für deinen Reiserucksack Die Größe deines Reiserucksacks hängt von der Art und Dauer deiner Reise ab. Bei Kurztrips oder Wochenendausflügen reicht oft ein Rucksack mit 30 bis 40 Litern Packvolumen aus. Für längere Reisen ab einer Woche kann ein Rucksack mit 50 bis 70 Litern ideal sein. Achte bei der Wahl des Volumens auch darauf, dass du im Rucksack genug Platz für Reiseutensilien wie Kleidung, Kosmetikartikel, Ladegeräte und andere Gegenstände hast, ohne dass der Rucksack überladen wirkt. Auch bei Flugreisen ist die Größe entscheidend. Falls du den Reiserucksack als Handgepäck nutzen möchtest, überprüfe vorher die aktuellen Bestimmungen der Fluggesellschaften. Ein zu großer Rucksack könnte dich zwingen, ihn als Aufgabegepäck zu transportieren, was zusätzliche Kosten und einen längeren Check-in bedeuten könnte. Wähle daher ein Modell, das den Handgepäckrichtlinien entspricht und dich gleichzeitig nicht in deiner Bewegungsfreiheit einschränkt. Ergonomie und Tragekomfort, worauf du bei den Trägern und der Rückenpolsterung achten solltest. Ein ergonomisch gestalteter Reiserucksack trägt sich auch auf langen Strecken bequem und schont deinen Rücken. Hier sind gut gepolsterte Schultergurte und eine angenehme Rückenpolsterung entscheidend. Achte darauf, dass die Träger gut anpassbar sind, sodass du das Gewicht optimal verteilen kannst. Viele hochwertige Rucksäcke bieten zusätzliche Brust- und Hüftgurte, die für eine bessere Gewichtsverteilung und Entlastung des Rückens sorgen. Gerade bei schwerem Gepäck kann ein Hüftgurt den Tragekomfort erheblich verbessern und das Gewicht von den Schultern nehmen. Ein atmungsaktives Rückensystem ist ein weiterer Punkt, der den Komfort erhöht, da es die Belüftung fördert und das Schwitzen reduziert. Gerade bei Reisen in warmen Regionen oder längeren Wanderungen ist ein gut belüfteter Rückenbereich ein großes Plus. Material und Robustheit Der ideale Begleiter für verschiedene Klimazonen und Einsätze Die Materialwahl ist bei einem Reiserucksack entscheidend, da er Wind, Wetter und unterschiedlichen Belastungen standhalten sollte. Robustes, wasserabweisendes Material ist daher essentiell, um dein Gepäck auch bei Regen und Nässe trocken zu halten. Ein Reiserucksack aus strapazierfähigem Nylon oder Polyester ist besonders widerstandsfähig und langlebig. Einige Modelle bieten zusätzlich eine Regenhülle, die bei starkem Regen zusätzlichen Schutz bietet und das Material schont. Achte auch darauf, dass der Rucksack leicht zu reinigen ist. Gerade bei längeren Reisen kann es vorkommen, dass der Rucksack schmutzig wird. Ein Rucksack, der problemlos abgewischt oder gereinigt werden kann, bleibt länger in gutem Zustand und sieht auch nach zahlreichen Einsätzen gepflegt aus. Praktische Fächeraufteilung und intelligente Organisation Eine durchdachte Innenaufteilung macht das Reisen wesentlich entspannter und übersichtlicher. Achte darauf, dass der Rucksack mehrere Fächer und Taschen bietet, in denen du deine Reiseutensilien sinnvoll verstauen kannst. Separate Fächer für Kleidung, Elektronik, Dokumente und Kosmetik erleichtern das Packen und sorgen dafür, dass du schnell auf alles zugreifen kannst, ohne lange suchen zu müssen. Ein Laptopfach ist bei vielen Reiserucksäcken ebenfalls integriert und bietet unterwegs zusätzlichen Schutz für dein Laptop oder dein Tablet. Außenfächer sind besonders praktisch für Gegenstände, die du schnell griffbereit haben möchtest, wie Wasserflaschen, Sonnenbrille oder Snacks. Einige Rucksäcke bieten zudem versteckte Fächer, in denen du wichtige Dokumente oder Wertsachen sicher verstauen kannst. Gerade bei längeren Reisen durch unterschiedliche Regionen sind solche Sicherheitsfächer von großem Vorteil. Tipps und Tricks für den perfekten Reiserucksack Gewicht reduzieren Wähle leichte und gut packbare Kleidung und verzichte auf unnötige Gegenstände. Ein gut durchdachtes Gepäck spart dir Gewicht und erleichtert das Tragen. Richtig packen Platziere schwere Gegenstände möglichst nah am Rücken, um das Gewicht besser zu verteilen. Nutze Packing Cubes oder andere Organizer, um den Innenraum optimal zu nutzen und die Ordnung zu halten. Bequeme Kleidung tragen Gerade bei langen Flugreisen ist bequeme Kleidung von Vorteil. Wähle Kleidungsstücke, die dich nicht einengen und achte auf eine passende Jacke, die du bei Bedarf leicht verstauen kannst. Sicherheitsaspekte beachten Halte wichtige Dokumente und Wertsachen stets in Reichweite und nutze idealerweise Rucksäcke mit versteckten Sicherheitsfächern. An den Flug denken Stelle sicher, dass dein Rucksack die Handgepäcksrichtlinien der Fluggesellschaften erfüllt, wenn du ihn mit in die Kabine nehmen möchtest. Ein kompakter Rucksack ist hier von Vorteil, um Verzögerungen beim Boarding zu vermeiden. Praktische Accessoires nutzen Ein kleiner faltbarer Tagesrucksack kann auf Reisen ebenfalls hilfreich sein. So kannst du deinen großen Rucksack im Hotel lassen und trotzdem alle wichtigen Dinge dabei haben, wenn du die Umgebung erkundest. Ein Reiserucksack, der leicht, robust und gut organisiert ist, bietet dir auf jeder Reise einen hohen Komfort und viel Flexibilität. Mehr im Buch Roadtrip in Europa Reisen mit dem Auto innerhalb der EU City Trips, Camping, Landschaft, Rundfahrt mit dem PKW, romantische Städte und Urlaubsinspiration auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Post sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert.